Ich filme heute die Abholung von meinem Dacia Spring, den bekommen wir jetzt für drei Tage. Hier ist also unser Dacia Spring, ist jetzt zu 70 Prozent geladen und jetzt werden wir mal nach Hause fahren. So sieht er von innen aus, Fahrerseite, dann starten wir mal, na wie geht auch an, und dann wollen wir mal nach Hause. So. 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 Das hat sich ja wie eine Straßenbahn, ne? Mir gefällt dieses Blau ganz gut. Boah, dieses Blau ist so schön. So sieht es hinten aus. Das sieht man nicht so ganz. Hier liegen noch ein paar Sachen. Da liegen noch eine Schleichförder. Mir gefällt es gut. Fenster. Da ist am Fahren. Kamera. Alles dran. Das Navi ist recht groß. Bei Mama muss man das ja so ausziehen, ne? Und so ein Tacho. Also man sieht nicht diese Zeiger. Man sieht nicht diese Zeiger. In der Mitte vom Navi hat er die Lautstärke drin. Und das zum anderen aus. Und das? Handyladen. Und hier, so schaltet man das. Wofür ist D? D? D ist für Fahren. Drive. Davy Drive. Und N? Neutral. Und R rückwärts. Rückwärts. Achso, und das habe ich vergessen zu zeigen. Ist ganz groß die Ablagefläche. Aber da ist die Hupe, da in der Mitte. Bei Mama ist die ja da an der Seite. Ja, da ist die an der Mitte. Und Scheibenwischer gibt es nur einen. Und nicht zwei. Gibt es hinten Scheibenwischer? Natürlich. Achso, ja. Hier. Und hier ist es etwas weicher wie bei Mama. Bei Mama ist es etwas härter. Und den Spiegel. Und da sind die Regeln. Hier im Tunnel ist es relativ lau. Ja, weil ich Fenster aufhören. Das ist leiser. Aber da kommt schön Luft rein. Da ist ein großer Ausgang. Wir sind hier draußen. Oh, hier ist es schön. Wir sind noch. Ich gerne die Trä Huawei. Wir sind erstCha eins. Wir sindanya Baby. Bis zum Abersuite. I als Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin hier unterwegs in der Niederlande, am Grenzgebiet zwischen der Burggemeinde Brüggen und der niederländischen Stadt Moermond. Ich bin 1,83 groß und 89 Kilogramm, habe hier genügend Platz auf dem Fahrersitz. Der Fahrersitz selbst hat keine Einstellmöglichkeit in der Höhe. Die Sitzposition an sich ist recht gut. Was das Fahrzeug auch nicht hat, ist eine Höhenverstellung des Lenkrads. Das ist wünschenswert, insbesondere für weibliche Fahrer, dass man zumindest eine Lenkradverstellung, Höhenverstellung hat. Idealerweise wäre natürlich auch eine Sitzhöhenverstellung. Der Seitenhalt im Sitz ist auch problemlos. Dieses Auto verfügt jetzt über Kunstledersitze. Ich würde ein solches Auto mit Stoffsitzen nehmen, weil der heizt sich also in der Sonne doch recht stark auf. Und mit kurzen Hosen wird das auf diesen Sitzen eine ziemliche Qual. Der Wendekreis des Autos ist recht klein, sodass ich also auch in beengten Straßenverhältnissen sehr gut rangieren kann und mich wenden kann. Das ist insbesondere von Vorteil in der Stadt und da sehe ich dieses Auto auch optimal platziert. So, ich werde jetzt mal eine Besteuerung von Tempo 0 auf 70 machen. Eco-Modus ist ausgeschaltet. 18, 26, 34, 41, 48, 54, 60, 64, 68 und schon bei Tempo 0 auf 75. Also die Beschleunigung ist völlig ausreichend. Das Fahrzeug lässt sich insgesamt auch auf Landstraße sehr angenehm bewegen. Bei Tempo 70 ist der Stromverbrauch auch im Rahmen, sodass ich also momentan bei 92% Akkuladung immer noch eine Reichweite von 224 Kilometer an die Zeit bekommen. Im Auto gibt es eine Art Tempomat, der funktioniert eigentlich so, dass man hier unten einen Knopf hat, um den sogenannten Begrenzer einzuschalten. Und mit der Plus- und Minus-Taste kann ich also die Geschwindigkeit, die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs einregulieren. Das heißt also, egal wie stark ich also das Gaspedal drücke, die Geschwindigkeit wird also gar nicht überschritten. Das ist in jedem Fall auch interessant, wenn man in der Stadt kutschiert, dass man dann eben seine 50 kmh da einstellen kann, plus, minus 2, 3 kmh. Und braucht dann keine Angst zu haben, dass man da die zulässige Geschwindigkeit, also die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Wenn man den Begrenzer einsetzt, muss man in der Zeit den Fuß auf dem Pedal belassen. Das ist also nicht wie bei einem normalen Tempomat, dass ich also den Fuß vom Pedal lasse und die Geschwindigkeit noch gehalten. Die Klimaanlage ist sehr wirksam, das heißt also, der blächt jetzt schon ziemlich mächtig kalte Luft hier. Und ich muss also dann schon, wir haben jetzt gerade so 25 Grad Außentemperatur, und da muss man also dann schon mit Warmluft beisteuern, damit das Fahrzeug nicht zu stark kühlt. Nächstes Thema ist Aufladen, wie man natürlich so ein Auto aufladen kann. Ich habe hier eine Wallbox, da werde ich den also mal einstecken. Wir haben also hier beim Dacia Swing einen sogenannten Nasenlader, das heißt also hier ist eine Klappe. Einstecken ist recht easy. Hier unten ist noch eine Möglichkeit für den Schnelllader, den man also optional fürs Fahrzeug bekommen kann. Der Wagen liegt also bei 44% Akku, nachdem wir also gestern etliche Kilometer gefahren sind und zeigt mir hier an der Wallbox eine Ladezeit von 7 Stunden bis 100% an. Die anfänglichen 7 Stunden reduzieren sich also schon nach wenigen Minuten auf 6 Stunden, sodass man davon ausgehen kann, dass die Ladezeit deutlich niedriger ist als die anfänglich angezeigten 7 Stunden. Bei abgeschlossenem Fahrzeug, beziehungsweise während des Ladevorgangs, ist eine automatische Verregelung so, wenn man also an einer Ladestation steht, das Auto verlässt, quasi den Stecker hier nicht abziehen kann. Dann entriegele ich das Fahrzeug, kann ich also dann den Stecker ausziehen und der Ladevorgang ist in dem Moment ja beendet. Und fertig. Die erste Ladung, die ich gemacht habe, habe ich an der Wallbox von meinem Nachbarn gemacht. Das ist eigentlich absolut problemlos. Da brauche ich keine App zu oder sonst irgendwas. Ich mache das Fahrzeug auf, stecke den Stecker rein und am nächsten Morgen ist das Auto zu 100% geladen. Ich hatte den bei etwa 38% und die Ladezeit betrug da ungefähr 4-5 Stunden. Ich war also am Rathaus und da wurde mir was von ENBB angeboten. Eine App, die ich also runterladen soll. Ich habe mich da mal registriert, meine Bankverbindung eingegeben und so weiter. Und jetzt versuche ich quasi das mal hier an dieser Ladesäule. Mir wurden jetzt gerade in der App zwei Ladesäulen angezeigt. Da stand also dann auch irgendeine Ladesäulennummer. Nur das Problem ist, an der Ladesäule selber stand nicht, welche Ladesäulennummer das quasi ist. Ich bin dann mal von der Logik hier vorgegangen, dass also die oberste von den beiden Ladesäulen die linke ist und die zweite Position hier in der Liste die rechte Ladesäule ist. Und das war auch so. Nur Remaining Charge Time, 3 Stunden 15 Minuten. Die Ladekapazität selber hier im Fahrzeug, mit wie viel das er hier gerade lädt, kann ich also nicht sehen. Und das kann ich also auch nicht hier an der Ladesäule selber sehen. Da gibt es kein Display, wo ich dann sehen kann, mit wie viel kW der dann gerade lädt. Die Preis pro Kilowattstunde wird hier mit 0,45 Euro angegeben. Was mir natürlich sofort auffällt, ja man steht hier quasi im Regen, weil hier gibt es keine Überdachung wie einer ganz normalen Tankstelle. Hier an dieser Ladesäule kommt hinzu, dass ich also zu den 45 Cent pro Kilowattstunde eine sogenannte Lockiergebühr bezahlen muss. Das heißt, sobald ich über 240 Minuten das Fahrzeug hier habe stehen, muss ich also je Minute 10 Cent Belegung bezahlen mit einem Maximalbetrag von 12 Euro. So, das Fahrzeug müsste jetzt hier gerade liegt bei 45 Prozent und der zeigt mir noch eine Charging Time von 2 Stunden 20 an. Also bei Vollladung wäre ich also knapp unter der maximalen Belegungszeit von 240 Minuten, sodass ich das Fahrzeug quasi innerhalb dieser Zeit ohne Blockierungsgebühr komplett aufladen kann. Während des Ladens zeige ich mal so ein paar Bedienelemente hier. Ich habe also hier die Außenspiegelverstellung mit so einem kleinen Schiebeschalter nach links und rechts und dann hier mit diesem Cursor quasi kann ich das einstellen. Das funktioniert auch super. Hier ist die Verriegelung der Fenster, das heißt die Fensterheber werden deaktiviert und daneben kann ich also den Parkassistenten, also die PDCs abschalten. Zum Lenkrad, ich habe also hier in der Mitte die Hupe, anders wie zum Beispiel bei unserem Dacia Dasta, der hier links am Linkstockhebel, den die Hupe hat. Und hier ist wie bei den meisten Fahrzeugen endlich auch mal die Hupe wieder quasi in der Mitte. Hier sind einige Schalter bereits belegt, andere sind noch leer, wahrscheinlich für andere Funktionen. Die hier sind also für den Geschwindigkeitsbegrenzer. Ich kann also hier plus minus die maximale Geschwindigkeit einstellen, hier auf 0 zurückstellen bzw. das System komplett resetten. Das sind also hier die Bedienelemente in der Mittelkonsole. Die schauen wir uns jetzt auch alle im Einzelnen mal an. Ich habe also hier eine ganz normale Handbremse, also keine elektrische oder so, die ist rein mechanisch. Ich habe also hier den Wahlhebel für die Fahrt nach vorne, die Neutralstellung oder für den Rückwärtsgang. Einfach als Drehschalter, finde ich also ganz angenehm. Dann gibt es also hier ein schönes großes Fach, da passen also auch ein paar Flaschen rein oder andere Dinge. Ich habe also hier auf der rechten Seite eine Ladebuchse bzw. für den Zigarettenanzünder. Hier ist eine Position, die ist nicht belegt. Hier kann ich den Geschwindigkeitsbegrenzer komplett ein- oder ausschalten und hier ist der Schalter, um das ESP zu deaktivieren. Das sind die Bedienelemente der Lüftung. Ich habe auf der linken Seite die Regulierung der Temperatur. Die wird mir aber nirgendwo digital angezeigt, das heißt, das geht nach persönlichem Empfinden. Hier habe ich die Gebläseeinschaltung mit Stufen von 0 bis 4. Hier unten habe ich einen Umluftschalter, das heißt also, wenn ich irgendwo gerade mal hinter einem Dieseltrecker stehe, dann kann ich also hier auf Umluft schalten, sodass also nicht die Außenluft angesaugt wird. Hier oben ist die manuelle Klimaanlage, die ich zuschalten kann. Also hier gibt es nur ein Aus und keine Klimaautomatik. Das ist die heizbare Heckscheibe und hier habe ich den Wahlregler, quasi um die Lüftungsklappen entsprechend einzuschalten. Einmal Front, also mittig, dann mittig mit unten, dann nur unten, dann Defroster-Einstellung und Knieraum und hier ist dann eine komplette Defroster-Einstellung. Im nächsten Bereich finde ich also fünf Tasten. Gut angeordnet ist die Taste für die Warbling-Anlage, ziemlich mittig, ungefähr in der Mitte, wenn man das hier mal sieht, des Lenkrads. Ich brauche also nicht großartig zu suchen und kann diese im Notfall direkt aktivieren. Ich habe auf der linken Seite und auf der rechten Seite jeweils den Fensterheber-Schalter. Der befindet sich also nicht in den Türen. Ich finde das aber auch positiv, dass die hier direkt mittig angeordnet sind. Dann braucht man an der Tür nicht großartig rumzufummeln. Und der Blick ist eigentlich immer noch quasi so halbwegs nach vorne gerichtet. Damit kann man also das Fahrzeug komplett verriegeln, alle vier Türen. Und hier ist der Schalter für den Eco-Modus. Wenn ich den Eco-Modus eingeschaltet habe, wird die Leistung des Fahrzeugs leicht reduziert. Bestimmte Stromverbraucher, ich denke mal auch Klimaanlage und Heizung, werden vom Verbrauch leicht reduziert, so dass ich also etwas energiesparender fahren kann. Ist diese Navigationseinrichtung quasi in allen Dacia-Fahrzeugen der neueren Generation identisch? Mein Nachbar hat einen Dacia Duster und hat mir gesagt, dass genau das gleiche LG-System also bei ihm verbaut ist. Das finde ich recht positiv. Man muss sich also nicht jedes Mal einstellen auf ein anderes Navigationssystem, wenn man zum Beispiel bei Dacia den Fahrzeugtyp wechselt oder zum Beispiel ein Duster hat oder hier als Elektrofahrzeug den Spring. Das ist eine Dacia und Name von Dacia den Junten auf der filmmakersbrănhaften содержiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere Probefahrt ist jetzt mit dem Dacia Spring zu Ende. Wir haben das Fahrzeug drei Tage lang gehabt und sind etwa 600 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Insgesamt haben wir drei Ladungen durchgeführt, zweimal an der Wallbox und einmal an einer Ladestation und hatten dort eigentlich keine größeren Probleme, besonders nicht an der Wallbox. Das klappte wunderbar. An der Ladestation war es dann doch etwas komplexer, insbesondere die Verwendung unterschiedlichster Apps. Und wie das so alles vonstatten geht, musste man sich also erst mal aneignen. Wir hatten den Wagen in Köln abgeholt. Die ersten 87 Kilometer nach Hause zu uns war also recht positiv. Es war ein angenehmes Fahrgefühl in dem Fahrzeug. Was uns aber etwas störte, war, dass bei doch etwas höheren Außentemperaturen, also so ab 25 Grad, die Kunstledersitze doch nicht so komfortabel sind. Der Kofferraum bietet ausreichend Platz. Also da passen ohne weiteres drei, vier Wasserkästen rein. Ich kann die Rückenlehne der Rücksitze komplett umlegen, sodass ich also doch auch noch eine größere Zuladung habe. Und für ein Fahrzeug dieser Größe ist das vollkommen ausreichend. Das Auto ist für den Außenabmessungen recht kompakt. Der Wendekreis ist deutlich unter 10 Meter. Man kommt also da wunderbar in Kurven und so weiter mit zurecht. Das Handling ist in der Innenstadt wirklich perfekt. Da kann man nichts sagen. Auch auf Landstraße bis Tempo 100 ist das überhaupt kein Problem. Also vom Handling, von der Fahrstabilität. Allerdings ist auf der Autobahn wirklich die Seitenwindenempfindlichkeit bei Geschwindigkeiten ab Tempo 110, 120. doch etwas höher, sodass also bei kleinen Lenkbewegungen das Fahrzeug doch ein wenig nervös reagiert. Das Außendesign des Fahrzeugs ist recht ansprechend. Wie viel das? Ob das jetzt unbedingt Silber sein muss, ist eine andere Sache. Ich würde da eher eine andere Farbe bevorzugen. Vom persönlichen Geschmack her. Aber die Reling oben ist natürlich nur Show. Man kann also da nicht irgendwie einen Dachgepäckträger oder sonst irgendwas drauf montieren. Das ist nur ein reines Design-Element. Hinten geht es etwas enger zu. Also für Kinder so wie hier meine Tochter ist das überhaupt kein Problem zum Sitzen. Allerdings, wenn man als Erwachsener hinten immer eine doch etwas längere Strecke sitzen soll, dann wird es also doch etwas eng. Es geht. Es funktioniert. Ich habe es also auch getestet. Wir sind mal mit vier Erwachsenen gefahren. Es war eine Strecke zum Kino. Das waren so ungefähr knapp 20 Kilometer. Ist kein Problem. Aber ich würde natürlich jetzt nicht da schrecken von 100 Kilometer und mehr mit vier Erwachsenen in den Wagen fahren. Da ist der einfach etwas zu klein im Front. Wie fandst du denn so insgesamt die Instrumententafel, die Bedienungselemente im Auto, das Navigationssystem, das Radio? Was hattest du da für einen Eindruck? Einen guten Eindruck. Und die Klimaanlage ging relativ auch schnell an und es wurde auch schön kühl. An richtig warmen Tagen ist das eine gute Klimaanlage. Navigation, Bedienungselemente sind relativ simpel. Keine unnötigen Spielereien dran. Das, was man braucht, ist vorhanden. Die Navigation funktionierte also auch wunderbar. Radioempfang, Lautsprecheranlage ist völlig ausreichend in dem Fahrzeug. Der Innenraum des Fahrzeugs bietet ausreichend Platz. Insbesondere vorne hat man eigentlich bei einer Körpergröße von bis etwa 1,85 Meter. Kein Problem beim Sitzen. Was natürlich fehlt, ist eine Einstellung in der Höhe des Sitzes, insbesondere des Fahrersitzes. Oder alternativ eine Einstellung des Lenkrads in der Höhe bzw. in der Tiefe. Das Auto macht also von innen wirklich keinen billigen Eindruck. Es ist klar, dass in der Preisklasse natürlich nicht die hochwertigsten Materialien verwendet werden können. Aber insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Fahrzeugs wirklich top. Der Motorraum ist recht aufgeräumt. Also man sieht eigentlich nicht so viel. Also irgend so ein Elektromotor, der da drin steckt und dann viele Kabel, die sich dann da drumherum tümmeln. Aber ansonsten sieht man wirklich nicht viel. Man hat einen recht großen Wischwasserbehälter, den man also sehr gut befüllen kann. Das einzige Manko war also diese Stange zum Arretieren der Motorhaube. Da braucht man so ein klein bisschen Übung, weil es erschließt sich nicht so sofort, wo man diesen einhängen muss. Da hatten wir also ein bisschen Probleme. Ich sehe das Auto ganz klar in der Stadt oder in einer kleinen Gemeinde, wo ich also nicht so weit fahren muss. Bei Strecken vielleicht täglich von 20, 25, 30 Kilometer, dann reicht auch die Ladekapazität fast für eine Woche. So dass man also das Fahrzeug nicht ständig an der Steckdose hängen muss. Mit 230 Kilometer ist das auch ganz okay. Und wenn man den Preis des Fahrzeugs dann beispielsweise sieht, abzüglich aller Förderungen etc., liegt man so bei 11.000 bis maximal 13.000 Euro für ein vollelektrisches Fahrzeug. Und das finde ich also ein gutes Gesamtpaket, auch wenn es gewisse Einschränkungen im Fahrkomfort bei höheren Geschwindigkeiten gibt. Aber das Auto ist eben einfach nicht auf der Autobahn zu Hause. Das muss man ganz klar sagen. Da ich eine Oberklassenlimousine fahre mit Luftfederung, hat man natürlich einen gewissen Fahrkomfort, den man gewöhnt ist. Und wenn man dann in ein solches Fahrzeug umsteigt, muss man natürlich Abstriche machen. Das ist ganz klar. Aber für das Geld hat das Fahrzeug wirklich überzeugt, ganz objektiv gesehen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass der Spring irgendwie ein Billigprodukt ist oder so. Sondern man hat sich wirklich auf die Dinge beschränkt, die man in einem solchen Fahrzeug erwartet und erwarten kann. Und ich fand das Gesamtpaket also wirklich recht positiv. Man kann natürlich von einem solchen Fahrzeug nicht erwarten, dass alle Fahrsituationen oder Fahranforderungen erfüllt werden. Also es ist kein Auto für Langstrecken. Da fährt man keine 1.000 Kilometer oder 1.500 Kilometer nach Italien oder Kroatien mit. Dafür ist ein solches Auto nicht gedacht. Das heißt also, als Zweitwagen ist das Fahrzeug ideal für Kurzstreckenverkehr, für das alltägliche Einkaufen, mal in der Stadt rum zu kutschieren. Ja, das war es von uns zum Thema Dacia Spring. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.